Aber gut, das schwarze Brett scheint irgendwie zu gehen, schwarzes Brett und rotes Tuch funktioniert irgendwie, ja ok, vielleicht kann man irgendwie das hier mit dem hier kombinieren, was? Keine Zutat für das Rezept. Ich finde ich komme ganz gut. Ah ok, aber den roten Vorhang können wir doch bestimmt zusammenscheißen. Mein Inventar könnte abbrennen und Toni wird es nicht noch einmal flicken? Hm. Nein, die Rakete ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Das einzig nützliche daran ist das Schwarzpulver. Nur wie komme ich daran, ohne mir die Hand wegzusprengen? Müssen wir es vielleicht aufschrauben? Ein Dartpfeil und ein Blindgänger? Es gibt sicher einen leichteren Weg an das Pulver zu kommen. Hm. Oh warte. Ich habe da eine Idee. Der Trichter. Hm. Der Trichter würde ein hervorragendes Blasrohr abgeben. Nur dem Pfeil fehlt noch das gewisse etwas. Ja, ich würde es auch viel eher hier das Trichter-Dingens mit dem Windgänger kombinieren. Ich muss den Trichter erst irgendwo reinstecken. Hm. Sehe ich ein. Ja gut. Ähm. Hier so. Hm. Verschlossen wahrscheinlich. Verschlossen. Hm. Motorhaube Windschutzscheibe. Wie repariert man doch gleich eine Scheibe, die ihre Sicht-Eigenschaften durch Verschmutzung verloren hat. Hm. Mit einem Schwamm. Wir haben doch einen Schwamm. Ich glaube zwar nicht dran, aber benutzen wir doch mal den Schwamm. Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch Dingens hier. Lust und Seife. Aber vielleicht können wir es ja zerstören, indem wir es hier verschweißen. Wie repariert man doch gleich eine Scheibe. Ok. Hatten wir schon. So. Vielleicht können wir den Blindgänger drauffeuern. Wie repariert man... Oh. Nein. Können wir wahrscheinlich nicht. Hm. Den Dart feuert. Wie repariert man doch... Oh. Scheint nicht zu klappen. Ein Schild anbringen. Ein Schild. Ich habe eine Idee. Schwarzes Platz. Eine brillante Idee, Rufus. Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen als ein gut gekühltes Glas plören? Oh. Ok. Daneben die Kuh. Hauptsache es hat funktioniert. Ok. Stier ist abgelenkt. Ähm. Rotes Tuch. Toro. He. Torpa. Nein das funktioniert scheinbar nicht. Ich habe Tonis Lachen immer noch im Ohr. Ich werde nie wieder versuchen auf einem verliebten Stier zu reiten. Das ist unter meinem Niveau. Das glaube ich dir aber nicht. Ähm. Rotes Tuch. Oh. Mach dich das etwa wütend? Zwar ein guter Matador wie ich weiß halt. Wie er das Blut eines Stierens zum Kochen bringt. Oder was das doch immer für eine Flüssigkeit ist. Na dann. Hopps. Drauf da. Joieha. Genauso muss das. Autsch. Gleich nochmal. Das war wohl nichts. Ähm. Haben wir hier noch irgendwas. 3 Gmab 18. Äh. Ja. Ein Dartfell haben wir hier in der Hand. Der Stier ist wütend genug. Können wir mit dem Dartfell in der Hand. Da drauf springen. Ja. Vielleicht nochmal. Sehr gut. Ähm. Tja. Ähm. Der Stier ist mit Zeit. Ok. Alle guten Dinge sind es 3. Jeeha. Und abgeworfen. Den Kaptus gelandet. Vielleicht nochmal. Na dann lassen wir es erstmal so stehen. Und rutschen wieder. Ja. Beim Dock. Drinnen. Hebel. Ok. Wir können nur wenn wir die Feuerleiter haben. Da hoch. Ok. Ein Lachgascontainer. Ich glaube nicht, dass das plötzlich anfängt zu brennen. Aber da habe ich. Hm. Wie wäre es denn damit. Das lässt sich nicht mit Gas auffüllen. Hm. Für einen wilden Stier. Das lässt sich nicht mit. Ok. Zutaten. Ein Sezierungsmesser. Aha. Aha. Zahnarztbohrer. Besser nicht. Ich habe alles schon gehabt. Es ist der letzte Baum hier. Hoffentlich geht er nicht auch noch ein. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen. Hm. Ja. Ok. Ähm. Den Feuerlöscher können wir nicht mitnehmen. Brauchen wir gar nicht erst zu versuchen. So. Da ist doch bestimmt irgendetwas wichtiges. Der Dietrich. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für Späte. Wir müssen in den Knast kommen. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Ähm. Fußfessel. Ja. Ok. Können wir scheinbar beide nicht mitnehmen. Vielleicht können wir da jetzt was reintun. Na. Der ist zu schwer. Aber halb so schlecht. Ich bin ja eh. Fußfessel. Nein. Der ist aber nicht bin. Na. Da besteht keine Flucht. Ok. Ähm. Das erste Mal hier draußen gehabt. Eine Klappe. Na hier die Klappe. Die Klappe. Die Klappe heilt es. Heilt es die Klappe. Besser nicht. Ich könnte ein Stromkabel treffen. Oder ein Wespennest. Oder mein Schulterblatt. Alles schon gehandelt. Das wäre ja ganz lustig. Ähm. Ja. Also. Inventar. Kombinieren können wir nichts miteinander. Das ergibt sich alles keinen Sinn. Zahnbohrer vielleicht. Mit dem hier. So wird das Messer nur stumpf. Was wenn ich plötzlich eine komplizierte Herztransplantation durchführen muss. Tja. Man muss ja immer mal wieder eine komplizierte Herztransplantation durchführen. Passiert alle Tage. Die Wünschelrute rührt sich nicht. Das sieht dann immer so aus als würde man nicht arbeiten. Hm. Der Zahnarztbohrer und der Handschuh. Kein Grund für übertriebene Vorsicht. Ich weiß was ich tue. Ähm. Niemals. Mein Inventarkotor. Ok. Ja. Ist klar. Oh. Das lässt sich kombinieren. Wer sagt es denn. Schwarzpulver. Nice. Da haben wir also Schwarzpulver jetzt. Da haben wir die Liste. Das Rezept. Schwarzpulver. Schwarzes Pulver. Hm. Kommen wir das schon mal zu dem Kollegen bringen. Schwarzpulver haben wir. Hm. Zu Lonzo in die Kneipe damit. Können wir vielleicht schon mal rein tun. Hier hast du Schwarzpulver. Schwarzes Pulver. Nein. Kaffeemaschine. Schwarzes Pulver. In einer Mühle könnte ich beide Sachen miteinander verrühren. Schwarzpulver. Eine Mühle. Eine Kaffeemühle. Wo wir die nur finden. Ok. Eine Zutat haben wir schon. Das war eine der Zutaten auch noch bei dem Bullen kriegen werden. Das heißt. Da müssen wir dann auch noch mal hin. Da müssen wir auch noch mal was versuchen. Wir treten da gleich noch mal mit dem Messer in der Hand. Schön ungefährlich. Immer sicher bleiben. Fenster. Ok. Kommen wir jetzt. Ich kann Toni doch nicht einfach mit Sachen bewerfen. Ohne die Sachen. Ohne die Sachen. Würde ich sie glatt verfehlen. Das würde sie nur noch. Ich brauche ein Blasrohr. Hm. Vielleicht kann man was kombinieren. Aber vielleicht können wir erstmal das Skalpell durchfeste werfen. Ohne die Sachen. Ach. Schade. Ähm. Kombinieren. Wir haben einen Trichter. Und wir haben. Das hier. Haben wir doch eben schon versucht. Aber ich versuche es nochmal. Der Trichter würde ein hervorragendes Blasrohr abgeben. Nur dem Pfeil fehlt noch das gewisse etwas. Hm. Vielleicht den Pfeil mit dem Messer. So wird das Messer nur stumpf. Was wenn ich plötzlich eine Kombi. Ok. Mit dem Bohrer. Au. Jetzt habe ich mir in die Hand gebohrt. Blödes Teil. Ähm. Vielleicht mit dem Schwarzpilger. Au. Das blödes Teil. Kombinieren. Geht nicht. Na gut. Dann fragen wir nochmal bei Toni nach. Moin Toni. Ohm. Ja. Hahahaha. Ohm. 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 Wie können wir sie hier noch zur Weißglut treiben? Stange Hier unten gibt es was Kram Ok hier gibt es eine Mühle Können wir vielleicht das Schwarzpulver schon reintun? Eine Prise Schwarzpulver Fehlen noch 2 Zutaten Ah ok noch 2 Zutaten Batteriesäure Fehlen noch 2 Zutaten Wasser auf jeden Fall Ähm ja Zutaten Schauen wir mal kurz auf die Liste Was haben wir da? Rezept Untersuchen Ok das Schwarzpulver haben wir Da brauchen wir noch eine brennende Karotte Äh ja Viele Symbole Zwei Zutaten noch für das Pulver Ah ok Und für das Wasser dann noch welche Batteriesäure und noch irgendwas Hm 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 Vielleicht kann uns dann Lonzo weiterhelfen Hm Ich hätte ja ein paar Tipps für uns In der Gasse Hier und zu Da wäre ich wieder Ich bin mal Ja Ich bin mal Ich bin mal Untertitelung des ZDF, 2020